Du reitest vor. Was soll ich jetzt tun? Wir sind innozentig! Rechts weg, genau. Da sind sie so schön. Einfaches mal reinhalten hier. Na, das ist mein Feind. Niemand kann an den Mechai stürzen. Ja, das ist mein Feind. Das ist mein Feind. Ja, du Sack. Na, aber. Oh. Oh, das war ein guter Crit. Noch mehr da oben. Boah. Du! Sind sie denn jetzt hin? Da sind die Banditen hier. Du kannst weglaufen, aber du kannst dich nicht verstecken. Noch wer? Hinten. So, wo ist er? Mecaret. Mecetre, ich glaube wir sind fertig. Du hast wie ein Löwe gekämpft. Ich habe sehr viel von dir gelernt. Dank dir bin ich ein besserer Beschützer. Ägypten braucht mehr Menschen wie dich. Das Land braucht mehr Menschen wie uns. Ich werde meiner Tante Lieder von unserem Kampf vorsingen. Dann mach das mal. Wieder stärker geworden. Ich brauche wieder zwei, hä? Drei Stück auch dafür. Da gibt es einen Bonus-YP. Okay. Fast überall brauchen wir schon wieder zwei Stück. Das drücke L3 um diese Substanz bei einer Weiche einzusetzen, damit sie schneller verwest und den Gegner in der Nähe anstecken. Okay. 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 Jetzt brauchen wir noch einen Punkt. Und dann können wir uns die Herstellungsmaterialien immer holen. Ich kann es nicht glauben. Die Götter haben uns beschützt. Unfassbar. Meketri ist wieder zurückgekehrt. Hast du gesehen wie er die Banditen vertrieben hat? Ich muss immer schauen, dass wir hinten einen Lebkrist haben. Ich habe natürlich keinen Pfeil mehr. Aber das ist nicht so wild. Okay. Okay. Verzeih, Neb. Ich kann heute keine Streitwagen verkaufen. Bitte verzeih mir. Für einen Moment dachte ich, du trägst das Zeichen der Medjay, der alten Beschützer. Das tue ich. Und bin ich. Was quält dich, Nebeth? Mein Herz ist gebrochen. Mein bester Freund und Ehemann Eriks wurde ermordet. Was ist passiert? Er war bekannt für seine Arbeit. Ein Soldat kam und befahl ihm, Kriegsstreitwagen für den Pharao zu bauen. Und er nahm den Auftrag gerne an. Aber als der Soldat zurückkam, wollte er ihm nur die Hälfte des vereinbarten Preises zahlen. Eriks weigerte sich, da streckte der Soldat ihn nieder und nahm den Wagen. Wenn du wirklich ein Medjay bist, verhilfst du mir zu meinem Recht? Finde den Soldaten und zerstöre den Streitwagen, damit er nicht das Andenken an meinen Mann beschmutzt. Das kann ich für dich tun. Protest. Den Streitwagen muss ich rausfüllen. Das kriegt man hin. Das kriegt man hin. Wieso hat der Hauptmann den Wagner getötet? Seine Arbeit war meisterhaft. War in dem dreisten Bauern nicht nach. Nein, ich sag ja nur. Meinst du, seine Witwe führt das Geschäft weiter? Wieso? Willst du sie? Bist du auf kleine, ältere Weiber? Sie ist eine schöne Frau. Oh, ja genau. Viel Glück dabei, dich in ihr Bett zu schmeicheln. Während wir im Streitwagen ihres toten Mannes herumfahren. Wann geht die nächste Patrouille? Jetzt müssen wir den Streitwagen hinterher. Wann geht's. ich bin ja zerstöre den streitwagen ach so zerstören muss man auch noch es ist getan ein opfer zu ehren des wagens der ermordet wurde weil ich frisch halte Was ist das? ...dem Hauptmann aus Antilla gestohlen wurde. Die Ehre deines Mannes wurde bewahrt. Schauen wir doch mal nach. Hauptmann, Kommandant und Schatz plundern. Schauen wir doch mal. So, wo ist der Kommandant? Auch noch einen. Ist er nicht? Die Baracken hinten. Wo ist der Hauptmann? Da. Der Kommandant. Der Kommandant. Der Kommandant. Der Kommandant. Der Kommandant. Okay, können wir schon mal eine Falle legen. Sehr cool. Da kommt Dreck. Der Kommandant. 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 wie leuchtfeuer ach so wenn die das zünden dann bin ich im eimer quasi jetzt haben wir noch zwei schätze irgendwo rumschwirren kohlenstoffkristall so noch ein schatz hier scheint nichts mal zu sein an dem gebäude gucken ja ist ok noch vielleicht das geht nicht kaputt schade so einen schatz bräuchten wir noch ist auch nichts ja vielleicht wo eine höhe nebeneingang ist sehr schön so dann rüsten wir uns doch mal aus wir haben neues schild ich glaube neun bogen war auch dabei oder stufe 14 das haben wir hier ok das ist das die haben wir drieben drin die weg das haben wir ja schon das schild bogen ok dann sehen wir uns beim nächsten mal abone abone aber Vielen Dank.